Ja hallo und herzlich willkommen zurück zu Diablo 3 Ulibana Batalla bei Estas Mucco mit Gegner Die sind komisch Wieso sind die komisch? Ja die sagen wie Hallo zu unseren Zuschauerinnen und Zuschauern Ich hab's ja extra neu amulaturiert Ja ne? Du hast ja extra noch erwähnt Oh die halten sich für nötig Dingo ist ja was besseres Ah Und Ammonen Wir haben Offscreen mal schnell unser Messi Inventor beseitigt Ja Weiß wollen wir doch ein bisschen zu folgen Definitiv Und weit werden wir damit nicht gekommen Ja Oh so langsam fängt mein Magen anzuknipp Ich krieg Hunger Nein Junge erst ein Hund Jetzt sein Magen Ja ich sag mal so Ich hab seit Warte was ist heute Dienstag Seit Habe ich doch nichts gegessen Ne Äh wir sind da jetzt Keine Lust gehabt Wäre es wäre ja nichts Das ist komisch Ja wenn ich keine Lust hab irgendwas zu essen dann dann ist ich halt nichts Möch 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 Knot fühlt sich äcklich auf Ich labe mich an ihrer Qual, ihrer ewigen Feind. Ja, Baby, ja. Das wird nichts. Diese Stimme. Das ist so verführerisch. Oh, spielst du eine Lesbe? Hä? Reißen an ihrem Fleisch. Hört ihre Schreie? Ja, ich hör sie. Solch süßes Musik. Ich komm zu dir. Ich komm zu dir. Ihr seid so eifrig. Oh. Oh. Ich denke, dass wir uns nicht mehr vorstellen können. Obwohl. Oh, die Stimme. Ich bin Südea, Gebieterin der Lust. Ja? Asmodans Gemahlin. Nein. Hast du das gehört? Ah. Die hat mir eklige Träume genommen. Das ist aus dem Trotz Gemahlin. Wie beliebend. Spielt mit meinen Töchtern. Ich möchte euch nicht ermülden. Wo sind deine Töchter? Wo sind deine Töchter? Das sind sie. Eure Schmerzenscheine hätten so süß in meinen Orten klingelt. Eine Sokobus war das. Oh, alter geil. Sokobus. Nein. Das ist unmöglich. Boah, stimmt ja. Wir müssen ja das Ding hier angreifen. Was? Ach, das? Ja. Fällt mir auch gerade ein. Und wo ist das? Wie das nicht? Ah. Ich kann spüren, wie das Blut aus dem Sündenherz strömt. Dafür werdet ihr böse. Oh ja, bestraf mich. Gibt es mir auch. Das wird eine Herausforderung. Oh shit, I can. Ja. Ich weiß nicht. Kann ich mir gegen hin? Ich bin keine Fliegerung. Ich kann er noch nicht. Das wird immer mehr jetzt, Kurt. Aber auch kostet fast eine ganze Menge weg. Echt? Ich muss mich noch gedulden. Nein, bei mir noch nicht. Komm auf. Aber jetzt muss ich auch wenn wir falsch drin sind. So, was falsch drin ist. Nein, natürlich, ich kann noch nicht. Ich kann mich nicht bewegen hier. Weiß man nicht hier. Oh, jetzt muss ich einen Trank schlucken. Ich kann nur wohl nicht. Oh fuck, ich komme hier nicht weg. Oh, das ist noch nicht so weit. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich wieder bewegen. ich habe aus den karten dran genommen ja jetzt war es wieder easy ist doch schon mal gut dass wir wissen dass wir so halbwegs gegen auch kornläsern das wissen halt doch geil ich habe es geschafft 670 nein ist bestimmt hier lang ich gehe mal lang schnell parkern machen das ist offensiv angriffsgeschwindigkeit oder angriffsgeschwindigkeit ja ich komme ja ich erscheine ja schon hier sind hier sind ein teleporter dingsbums und stings irgendwie ist hier warm können dass der laube liegen die hier oben fließt vielleicht eventuell so muss auch noch nicht ganz sicher oder so kann munkel noch das wird nichts So, jetzt rennen wir wieder in zig Millionen Sackgassen. Das ist unmöglich. Oh, Alter, der hat geschubst. Was ist denn? Die Sau schubst. Ja. Die machen mächtig, Aua, gerade hier bei mir. Das ist unmöglich. Ich kann gut gegenheilen. Ich kann nicht laufen. Die verkünden alle den weg. Oh, ich bin wieder weggeschubbt, jo. Nein. Oh, der ist gleich hin, der ist gleich hin. Ich bin wieder weggeschubbt. Hör mich, oh Gott. Das wird nichts. Oh, wir haben ihn kaputt. Ja, ich werde den Fieschen halten, aber gerade den Binger aus, du, oder? Ja. Das wird nichts. So, sicher, jetzt kommen noch blaue dazu. Warum nicht? Äh, ja. Und wieder weggeschubbt. Jetzt mal ehrlich hoch. Wie das du so vorbehalten hast? Ich muss mich noch gedauern. Ich bin noch nicht sicher. Das haben wir schon. Das wird nichts. Oh, wird er weggeschubbt. Oh, jetzt ist die Drecksilbe immun. Hier ist noch einer. Oh, bitte. Ja, wir haben auch den. Jetzt ist der immun. Und hin. Ach, hier ist auch eine. Boah, nur Scheißdreck. Wie geht's weiter? Hoffentlich ist das keine Sackgasse. Hoffentlich. Pass auf, hier wird's gleich nicht weitergehen. Das ist unmöglich. Ich geh. Ich renne mal weiter und guck da. In die Sackgasse da, oder? Aber, aber, ich gucke. Ich gucke. Ich renne einfach mal durch. Ich kann wetten, das ist eine Sackgasse. Bestimmt. Ich könnte nicht weiterlaufen, so eine Kacke. Das ist unmöglich. Du kannst nicht weiterlaufen. Ach, deswegen. Die Welt ist eure überdreißig. Das wird nichts. Nein. Da geht's wahrscheinlich lang. So wie die letzten. Ja, ho, ho, gucke. Gucke, ho, ho. Hier, bei mir. Du weißt, was Schmerzen sind, Nephallen. Guck mal. Was Leid ist. Meine Konkubine wird dir schon bald die wahre Bedeutung sein. Seine Konku was? Keine Ahnung. Ist das jetzt so ein neumodischer Slang, oder was? Dieser Verein wird sterben. Meist du die blauen? Wir haben... Ja, oh, wir haben hier eine Menge blaue. Ja, sag ich doch. Das wird nichts. Oh, ich kann mich gerade so hochhälen. Oh, ich kann mich gerade so hochhälen. Wie schränkt das nicht tun? Oh, so. Eingefroren. Nein. Was? Oh, hat sich jetzt sein gerafft? Scheiße, ich muss mich erholen. Oh, mich auch klein. Die gehen alle auf mich. Das wird nichts. Die haben noch mal mir gefressen. Hey, ich bin da zum ersten Mal im Leben beliebt. Stimmt wie ganz, bei meiner Geburt bin ich ganz groß rausgekommen. Oh. 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 Alles klar, ja. Ey, den muss ich unbedingt mal bringen, ey. Ich bin da. Die Schur, doch was du? Hitte. Ach, ich... Ja, ich bin schon fast da. Dass du bist, die machen auch noch Blumenkommen, ne? Hmm. So ist die Hibbe gerade im Mund. So ist die Hibbe gerade im Mund. Das ist kündig. Wir müssen uns echt auf ihn konzentrieren. Die mach ich doch schon. Oh der hat ein scheiß Schrittschild. Ja nicht mehr lange. Oh. Wommer noch ein Leben lang bei mir hier. Bei wir? Ich muss ja nach der ist Not. Wo sind der andere? Tod vorte. Ja mit komerf juste. Aber hier sind das True. So guck. Yeah, Ebene 3. Ich hoffe doch, dass ihr euch nicht zu viel vorgenommen habt. Oh doch, haben wir mit dir. Oh, haben wir mit dir. Faltig ich. Oh, schön. Das ist unmöglich. Ah, hier liegt ja auch noch was. Heiß. Was, Eis? Heiß. Ach, heiß? Ja, ich bin durchs Feuer gerannt. Warum das? Ich kann's halt. Nein. Weißt du noch, der Motto, wer hat der kann? Okay. Das leuchtet mir ein. Sag ich doch. Moment, leuchtet die Eid? Stehst du mit und dort über? Du hast nicht schon betätigt. Ähm, ja. Das muss man noch üben. Das wird nichts. Das wird nichts. Das wird nichts. Mein Skelett, der Kopf mal hierher. Klopft so, krotz und blauen? Ja, ich glaube, mit dir mit. Oh, okay. Dann hab ich den Gutummel nicht gesetzt. Das wird nichts. Nur diesen hin. Moment, da geht's. Da geht's rum. Oh, kapo, 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 wo? Oh, wo? Oh, wo? Oh, wo? Oh, wo? Ich bin grad. Party people! Auf gopo! Party people! Auf gopo! Na, hier kommst du nicht mehr weg, gopo. Das ist unmöglich. Da muss man hin. Ja, aber kapo war wichtig. Ja, aber der hat nur Scheiße. Wo willst du hin? Hä? Oh, ich hab grad im Inventar geguckt. Sorry. Äh, okay. Wir müssen, wir sind hier falsch. Siehst du's? Da gibt's irgendwo noch ne Wendeltreppe. Siehst du das? Nein. Was ist denn da los? Das ist unmöglich. Müssen wir zum oben laufen? Ja. Müssen wir. Boah. Ja, 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 tu auch, ja. Boah. Ja, 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 tu auch, ja. Niesen nervt. Ah, hier, guck. Nein. Jetzt geben wir mal Gas hier, oder? Oh, nur ne hier. Guck. Die alte Klatschen wir jetzt. Okay, immer noch nicht die Ebene. Ihr seid jetzt so nah. Ja, wir sind so nah. Das ist schon mal so. Stimmt. Stimmt. Äh. Euch zu erwarten. Du wirst du auch grad die ganzen Gegner so wie ich? Ja, was nochmal? Du wirst auch grad die ganzen Gegner so wie ich? Hm. Oder klatschst du die Kreuz? Ich klatsche. Recht? Ich ignorier die Kreuz. Hä? Ja, ich wollte die alte noch sehen in der Folge. Achso, ne, dann sag doch mal was. Was? Da muss ich ja hinterher sterben. Alter, wie viel? Ach, du bist da unten schon. Ja. Du musst ja noch im Kreis laufen. Oh, Leute. Oh, ne, Mann. Ich nehme an. Ja. Ja. Hahaha. Cool. Boah, nochmal so ein ewig langer Weg. Komm mal. Oh, hier unten. Hier unten ist die Olle. Hey, Schnecke. Oh, ja. Auf das hier habe ich mich gefreut. Die hat Brüste. Das Spinne mit Brüste. Das ist irgendwann falsch. Wieso saßt du eigentlich so? Ja, Schnecke. Das ist eine Spinne. Ja, ich, äh, weiß auch nicht. Es braucht noch etwas Zeit. Ich glaub, du brauchst einen Pille. Was hast du gesagt? Was? Ich seh dich nicht. Nein. Ganz verkehrt, ja. Hä? Kann ich sehen. Ernsthaft? Ja, ich bin jetzt. Moment, kommen wir jetzt da an? Ne, kommen wir nicht. Oh Gott. Ui. Was ist hier drin? Ihr werdet um Gnade betteln. Und ich werde lachen. Sind die Olle schon bei der Hälfte? Hm. Jetzt esse ich euch. Die ist unter der Hälfte. Das wird nichts. Je, je. Wieso hauten die immer ab? Weil sie doof ist. Merkst du es? Die soll wieder abgauen. Weil sie doof ist. Da ist er. Ich werde mich nie vor einer wie euch verneiden. Noch nicht. Das üben wir. Das üben wir. Guck mal, die ist weg. Die ist weg. Da ist er. Da ist er. Levin Gott. Oh. Lass mich nur noch angreifen. Guck mal. Das da. Oh. Unsere Skelette drin. Oh. 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 Tötet erstmal. Was? Hä? Jetzt noch tiefer runter. Okay. Okay. Also wenn der jetzt nicht da unten ist, will ich es auch nicht. Hm. Speicherpunkt. Oh. Oh. Schönen Speicherpunkt. Folgen dann dort? Äh. Äh. Schau mal dran. Äh. Äh. Ich mach. Okay. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Like und dann schreibt uns einen Kommentar. Bis denn. Tschau. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.